Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch mal wieder ein Messer aus dem Hause mit Garts Messer zeigen. Das habt ihr ja sicherlich alle so nebenbei auch mitbekommen oder die meisten von euch. Da geht ja richtig viel. Der Dirk Hofmeister haut ein Messer nach dem anderen raus. Das ist wirklich krass, was da für eine Schlagzahl an neuen Produkten an den Tag gelegt wird. Gleichzeitig gibt es auch eine Menge neuer Kooperationen. Mit Jörg Sprawe arbeitet er jetzt zusammen. TFG, also Tools for Gents ist mit eingestiegen. Jetzt haben sie sich eine neue Halle dazu gemietet. Also ich finde das ziemlich spannend, so aus der Entfernung das alles zu beobachten und auch zu gucken, wohin die Reise da noch geht. Ja, finde ich wirklich cool. Macht mir Spaß. Und eines dieser neuen Messer, die in letzter Zeit immer wieder auf den Markt gehauen werden, darf ich euch heute zeigen. Nämlich das Utgard Tactical Folder. Dieses klasse Teil hier aus der Utgard Serie hat mich hier auf leichten Umwegen erreicht. Es ist ein Prototyp. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht mal die Vorbestellung raus. Also das ist wirklich noch ganz frisch. Änderungen sind dementsprechend natürlich noch vorbehalten, aber erfahrungsgemäß tut sich da jetzt nicht mehr ganz so viel. Dementsprechend kann ich euch das jetzt einfach schon mal in die Linse halten und euch ein bisschen zeigen. Aus der Utgard Serie durfte ich ja schon ein paar Messer präsentieren. Alle designt von Janosch Jensen. Er hatte ja damals mit dem Utgard Tactical Fixed angefangen. Dann kam noch das Gymir und dann kam noch eine ganze Reihe an Fixed Varianten aus dieser Utgard Reihe. Dann gab es das Utgard Mini bzw. Nano, das ich auch auf diesem Kanal hier schon zeigen durfte. Ich bin ja mittlerweile selbst stolzer Besitzer des Utgard Signature, das ja sehr ähnlich oder nur leichte Veränderungen zum Utgard Tactical aufweist. Und nun gibt es auch ein voll ausgewachsenes Klappmesser aus dieser Reihe. Die Verwandtschaft wird sofort und auf den ersten Blick deutlich. Das finde ich generell cool. Insgesamt bei Midgard's Messer, das ist einfach so eine schlüssige Designsprache. Da passt alles zusammen. Das finde ich immer ganz cool, wenn sich das so konsequent durchzieht. Ich habe dieses Messer hier jetzt seit einiger Zeit schon wieder im Einsatz und durfte es ausgiebig testen. Und was dann sofort deutlich wird, ein wirklich ausgewachsenes und großes Taschenmesser, das aber trotzdem enormen Spielspaß bietet. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Also das hat eine richtig gute Action. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Teil hier jetzt einfach mal aus der Nähe. Und wenn du Lust hast, dir das anzuschauen und zu hören, was ich von dem Teil halte, bist du herzlich eingeladen, dir dieses Video anzuschauen. Lasst gerne auch an dieser Stelle schon einen Daumen nach oben da, wenn euch der Quatsch auf diesem Kanal gefällt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr kennt den ganzen Quatsch. Und nun gehen wir in die Draufsicht. Da liegt sie nun, die Evolution des Utgard. Naja, zumindest so ein bisschen. Den Rohling hier, den wollte ich euch eigentlich schon in dem Video zum Utgard Signature zeigen. Das ist dann hier so ganz grob vorgelasert, meine ich. Die Form, aus der dann alles weitere hervorgeht. Also hier noch ganz grob und mit all den Bearbeitungsspuren. Fand ich auf jeden Fall cool, das mal so vergleichen zu können und mal zu sehen, wie die Reise da eigentlich so beginnt. Also das ist das Grunddesign. Aber ja, was dann hier auch wieder ganz offensichtlich ist und das finde ich an dieser Reihe so cool, dass die Familienzugehörigkeit der einzelnen Messer gerade auch durch den Griff immer sofort ins Auge fällt. Also man sieht einfach ein Messer, das aus der Utgard-Familie stammt und so jetzt auch mit diesem schönen Folder aus dieser Reihe, das Utgard Tactical Folder. Es ist wirklich brachial, also ein großes Teil, aber, und ich hatte ja im Vorfeld ja da nur Bilder gesehen, es wirkt dann doch, wenn man es in die Hand nimmt und so, ja einfach gar nicht so klobig. Und das finde ich cool, das ist irgendwie geil umgesetzt, obwohl es ein so großer und ausgewachsener Klapper ist, ist das Ganze irgendwie noch relativ, ja relativ schlank gehalten irgendwie. Wir haben hier, also müssen wir nicht drüber reden, das ist alles hier mit 6 mm natürlich eine krasse Klingenstärke und so weiter. Aber ich habe ja zum Beispiel auch den Hermod-Folder und da hat es mich dann doch überrascht, weil ich fand, der sieht an sich erstmal deutlich, deutlich klobiger aus. Also ich mag auch dieses Messer total gerne, aber das sieht irgendwie klobiger aus einfach, das ist so ein richtiger Panzer, ist aber im Prinzip in allen Bereichen entweder genauso groß oder kleiner als der Utgard Tactical Folder. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, als ich sie so in die Hand genommen habe nebeneinander, weil ich, wie gesagt, beim Betrachten der Bilder am Anfang doch davon ausgegangen war, dass es kleiner sein wird als der Hermod-Folder. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Ich habe beim ersten Bild, das ich von diesem Messer gesehen habe, hier sofort einen schlafenden Drachen gesehen. Den Flügel hier so um die Schnauze geschlagen, das Auge, hinten noch das Horn dran. Also das ist für mich einfach ein schlafender Drache, der aber schnell und gut geweckt werden kann. Tolle Action hier über die Kugellager. Das gefällt mir alles wieder richtig gut. Es liegt gut in der Hand und auch dieser mega coole Clip hier, Thor's Hammer, in wirklich breiter Ausführung, stört auch bei der Handhabung nicht. Ich wollte den Satz gerade irgendwie anders beenden, nein, es stört einfach in der Handhabung nicht. Also auch da fügt sich das richtig gut ein und das Teil baut halt auch doch sehr groß auf. Dadurch kriegt man es aber recht entspannt und gut hier über den Hosenbund bzw. über die Hosentasche gefädelt und da sitzt das Ganze dann auch ziemlich gut. Also da in der Handhabung, im Gefühl, da hat man wirklich gut Grip, da hat man gut was in der Hand und kann dann dementsprechend aber auch sehr gut damit arbeiten. Die Klinge ist wieder aus CPM D2 Stahl und natürlich hier nahezu identisch mit den Tactical Fixed. Also auch das, ja, also das erwartet man dann ja auch und das wurde hier richtig schön umgesetzt. Wir haben wieder den Durchbruch, der in diesen charakteristischen Fuller übergeht. Diese Mischung aus Droppoint und Tantoklinge, die ich auch für extrem tauglich halte, also damit arbeite ich wirklich gerne. Das prägt dann hier natürlich so eine sehr stabile und trotzdem aber penetrierfreudige Spitze aus. Damit kann man gut arbeiten. Und das Ganze, ja, das ist einfach eine Klingenform, die für die allermeisten Schneidaufgaben richtig gut geeignet ist. Mag ich wirklich gerne. Wir haben dann hier wieder das, wie ich immer wieder sage, sehr schöne und eigentlich ja noch dezente Midgard-Messer-Logo. Hier steht dann Utgard Tactical. Ich glaube, das ist immer nur bei den Prototypen so. Ich gehe davon aus, dass das nachher nicht mehr da stehen wird. Auf der Rückseite dann nochmal genauso. Und hier haben wir nochmal das Logo von Erison Customs als Designer. Und dann dieses Mal hier in der Innenseite das Autogramm von Dirk Hofmeister. Das finde ich auch ziemlich cool. Das wandert ja irgendwie immer mal so ein bisschen rum. Hier beim Hermott Folder ist es dann dort gewesen. Das fand ich auch schon ganz gut. Beim Utgard Nano war es, glaube ich, sehr prominent obendrauf. Das fand ich ein bisschen zu prominent. Da finde ich das hier jetzt als, ja, als kleine dezente Unterschrift wirklich schön gelöst. Die Griffschalen in diesem Fall hier aus G10 sind supergeil texturiert. Also das fasst man gerne an. Da hat man ordentlich Grip. Damit kann man gut arbeiten. Und dieses Aufgesetzte bringt natürlich erstmal das Design wieder. Gleichzeitig haben wir dann aber auch einen schönen Schutz hier für den, für den, ja, ist es jetzt noch ein Frame-Lock? Also für den Liner, für den Liner-Lock, wie man dann auch will, dass man da nicht so sehr dann Druck drauf ausübt, wenn man die Klinge auswerfen möchte. Auch das finde ich ziemlich cool. Was hier dann aber noch dazu kommt, so habe ich zumindest den Dirk Hofmeister verstanden. Es wird, wenn das Messer dann draußen ist, immer auch Titan-Onlays dazugeben. Ganz automatisch blaue Titan-Onlays. Und dann kann man die hier relativ leicht und schnell einfach nach eigenem Gusto wechseln und, ja, dann mal durchtauschen. Je nachdem, was einem besser gefällt, wie auch vielleicht mal die Tagesstimmung ist oder so. Und das finde ich schon cool, dass das dann gleich mitkommen soll. Die habe ich jetzt hier noch nicht, um sie irgendwie zu testen. Aber, ja, wenn das dann so realisiert wird, ist das für mich eine klasse Sache. Und auch das hatte ich ja schon angesprochen. Man hat einen wirklich ausgewachsenen Folder, aber gleichzeitig total viel Spielspaß. Also, hier ganz normal mit dem Flipper, da hat man einfach eine krasse Action. Das funktioniert richtig gut. Dann durch diesen Drachendorn hier hat man dann auch die Möglichkeit, das Ganze so als Frontflipper zu benutzen. Da bin ich hängen geblieben. Oder aber sogar auch mit dem Zeigefinger. Aber sonst auch das normale Flicken ist damit möglich. Beim Thumbflick, da muss ich echt noch ein bisschen üben. Aber ich habe schon gesehen, dass es klappt. Reverse Flicking auf jeden Fall möglich. Also, für so ein großes Messer wirklich eine grandiose Action. Dass das alles möglich ist, das bietet natürlich großen Spielspaß und funktioniert so auch gut. Man merkt bei dieser riesen Klinge natürlich, dass da ordentlich Masse hinter steckt. Also, das gibt ordentlich Feedback in die Hand. Aber das ist ja selbstverständlich und macht ja irgendwie auch einen Teil des Spielspaßes aus. Hier haben wir dann ein durchgezogenes Gymping im Prinzip, das abwechselnd von fein zu gröber und wieder feiner verläuft. Und ja, das finde ich gut. Also, hier hat man natürlich die Haupt-Daumenrampe, die beim Arbeiten grundsätzlich erstmal genutzt werden soll. Aber gerade, wenn man dann auch noch ein bisschen weiter und noch konzentrierter hier Druck aufbauen möchte, dann hat man hier vorne auch nochmal ein Gymping, das auf keinen Fall unangenehm ist, aber zumindest so ein bisschen Halt gibt. Und auch hier auf dem Kicker gibt das ordentlich Grip, damit man die Klinge einfach super auswerfen kann. Das funktioniert alles richtig gut, wird dann an der Unterseite nochmal wieder aufgenommen. Ja, da braucht man das jetzt im Prinzip nicht, aber das zieht sich einfach im Design einmal so durch. Alter, dieser Clip, der hat schon echt was. Das ist schon richtig cool. In dem Fall wirklich geht nahezu Deep Carry rein. Also, das ist wirklich gut, aber nicht umsetzbar. Man könnte ihn abnehmen, dann bleibt aber natürlich hier wieder eine Kerbe zurück. Dementsprechend ist das für mich eigentlich quasi keine Alternative. Und umsetzen lässt er sich dementsprechend aber auch nicht. Hinten haben wir noch wieder eine Lanyard-Aufnahme, auch schön. Und dann gibt es ja auch immer wieder, das kennen wir mittlerweile bei Midgard-Messer, die Möglichkeit, das Ganze durch einen Sicherungsstift zu sichern, um diesen Flipper dann auch 42A-konform zu machen. Ist natürlich Geschmackssache, ob man das machen will, was man davon hält. Ich persönlich nutze das so gut wie nie bei meinem Hermod-Folder. Es ist natürlich irgendwie ein ganz nettes Gimmick, auch das Ganze dann, wenn man wirklich mal hart damit arbeiten will, zusätzlich zu sichern. Ich verstehe in dem Fall aber nicht, warum der Clip immer auf der Showside liegt. Es ist ja nun ganz offensichtlich dazu ausgelegt, es in der rechten Hosentasche zu tragen. Und dann drückt einem doch dieser Sicherungspin immer in den Oberschenkel. Ja, wie gesagt, stört mich jetzt nicht so sehr, weil ich den sowieso selten dabei habe. Aber da fände ich es dann doch eigentlich schöner, wenn man den auf der anderen Seite eindrehen würde. Im geöffneten Zustand ist das jetzt dann eigentlich halt irrelevant. Aber ja, sowieso eine Frage, ob man das so möchte, ist natürlich ein ganz cooles Gimmick. Dadurch hat man dann aber natürlich hier auch diese Löcher, die so ein kleines bisschen die Optik vielleicht für den einen oder anderen stören. Aber ist eine Abwägungssache und die Option zu haben, dieses Messer dann einfach legal mit sich führen zu können und nicht immer eine abschließbare Pouch oder sowas nutzen zu müssen, ist ja irgendwie auch ein wirklich cooler Gedanke. Und dann hat man halt die Wahl. Hatte ich beim Hermann Fulda auch schon gesagt, ich fände es cool, wenn es zusätzlich noch irgendwie die Möglichkeit gäbe, das hier irgendwo anders mitzuführen und dann nicht so am Schlüsselbund tragen zu müssen oder so. Aber naja, das sind Feinheiten. Schrauben sind dann hier wieder solche Inbusschrauben benutzt. Finde ich jetzt rein optisch erstmal gar nicht so schlecht. Hier gefällt es mir meist nicht, dass man wirklich nicht tief mit dem Schlüssel reinkommt und dadurch dann immer wieder die Gefahr besteht, dass man doch übergnuddelt. Hier bei den Onlays ist es auch schon leicht ausgenudelt. Ja, da fände ich es dann doch schöner, wenn man die dann ein bisschen besser benutzen kann. Fürs Design, für die Optik ist es natürlich so cool und im Normalfall muss man da ja auch nicht viel auseinander bauen. Aber ja, da muss man wirklich schon sehr konzentriert und mit ordentlich Druck arbeiten, dass man da nicht ständig abrutscht. Das ist noch so eine Kleinigkeit, die mir da immer so ein bisschen störend auffällt. Aber ansonsten ist das wieder richtig, richtig gelungen. Wie gesagt, ich mag ja das Design. Ich finde es cool, dass diese Familie, die Utgard-Familie da immer weiter wächst innerhalb der Midgards-Familie. Und dass hier einfach so viele typische Design-Elemente wieder umgesetzt sind. Wirklich cool. Aus diesem an sich ja schon interessanten Messer dann auch noch so eine, ich würde schon sagen EDC-taugliche, für den einen oder anderen zu große, aber für mich EDC-taugliche Klappvariante zu machen. Das ist wirklich, wirklich cool. Kommen wir einmal noch schnell zu den Maßen. Wir haben hier einen Griff von rund und bummelig 12,5 cm und auf die Klinge entfallen hier ziemlich genau 10 cm. Wo wir noch bei Design waren, ein typisches Element bei dem Grunddesign ist ja immer noch dieser spezielle und besondere Finger-Toyle. Der wurde dann auch hier übernommen, allerdings recht klein, deutlich runder. Ich finde, so jetzt für das Design sieht er ziemlich gut aus. Als Finger-Toyle benutzen lässt er sich aber eigentlich kaum noch. Ja klar, man kann hier so ein bisschen in den Vorgriff gehen, dann aber eigentlich lieber auf den Kicker. Und da müsste man dann schon, ja, sich da so ein bisschen reinpopeln. Also als Finger-Toyle in dem Sinne ist es jetzt nicht mehr richtig gut zu gebrauchen, zumindest für meine Hand. Aber ich finde, das tut hier auch gar nicht Not, weil man auch so, wenn man es mal braucht, gut in den Vorgriff gehen kann. Und wir dann ja auch wieder insgesamt mit der Schneidedichte an die Hand kommen. Also auch das finde ich sehr gut gelöst. Und gefertigt wird das Ganze bei Cubie-Knives. Auch das ist ja mittlerweile, glaube ich, schon länger so. Aber die Qualität spricht für sich. Gute Verarbeitung, alles wunderbar. Und natürlich, das können wir auch nochmal schnell testen, haben wir hier auch wieder eine echt geile Schneid-Performance. Also, das trotz dieser mega wuchtigen Klinge ist schön und fein genug ausgeschliffen, um damit wirkliche Schneid-Freudigkeit zu gewährleisten. Auch da wieder klasse umgesetzt. Das war im Prinzip alles, was ich zu diesem Messer vorerst zu berichten habe. Ein wirklich gelungenes Teil, muss ich sagen. Gefällt mir einfach von A bis Z. Ist ein wuchtiges Teil, klar. Ja, da muss man wissen, ob man das in der Hosentasche mit sich rumtragen will. Aber ich mag ganz gerne zwischendurch mal ein großes Messer. Und da bietet sich dieses hier an. Nun muss es ja leider aber die Reise wieder zurück antreten. So ist das nun mal. Ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass ich so früh hier schon einen Blick drauf werfen durfte. Und mit diesem Messer so ein bisschen rumspielen durfte. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Lasst ihr mich jetzt aber auch gerne unten in den Kommentaren mal wissen, was haltet ihr von den Messern? Wie gefällt euch das Design? Was für Messer von Midgards Messer habt ihr so im Einsatz? All sowas. Ansonsten wünsche ich euch mit euren Messern weiterhin ganz viel Freude und ganz viel Spaß. Wir sehen uns, wenn ihr mögt. Gerne im nächsten Video. Bis dahin. Hori do.